Exalot Sharing Worlds Exalot ist ein intuitives System zum Erstellen und Verwalten von Datenbanken. Experten wie Laien können neue Datenbanken anlegen, bestehende kopieren und erweitern. Die Resultate sind online wie offline spielerisch und flexibel verwendbar. Ich bin Ernesto San, freischaffender Softwareentwickler und habe Exalot erfunden, um mehr Menschen die Informationstechnik zugänglich zu machen. Der Name Exalot soll die weitreichende Bedeutung dieses Systems verdeutlichen. Exa kommt aus dem Griechischen und steht für die Nummer 6 bzw. 1000 hoch 6, also 10 hoch 18. Das ist die Größeneinheit, die nach Mega, Giga, Dera und Beta folgt. Lot kommt aus dem Englischen und bedeutet einfach Menge. Exalot im Ganzen steht also für große Menge. Es gibt viele Möglichkeiten der Datenübertragung zwischen Server und Client. Im klassischen Fall wird bei jeder User-Interaktion der ganze HTML-Code in den Browser geladen. Dank dem Einsatz von JSMP brauchen immer nur die benötigten Daten nachgeladen zu werden. Das spart Serverlast, Netzwerklast und somit Kosten und Energie. Nachhaltigkeit beginnt bereits bei der Wahl der eingesetzten Technologie. Dank JSMP erlaubt Exalot dem Anwender viele weitere Freiheiten. So kann das Resultat, also etwa die Suchmaske einer Datenbank, in beliebige Fremdseiten eingebunden werden. Die sogenannte Cross-Domain Restriction wird umgangen. Das bedeutet, dass eigentlich Webseiten nur vom Ursprungs-Server Daten nachladen dürfen. Mit Exalot ist es möglich, die Daten von beliebig vielen Servern gemeinsam zu visualisieren. Das vermeidet Redundanz und erhöht die Aktualität. Exalot ermöglicht Sharing über alle Grenzen hinweg. Mit Exalot steht dem Anwender eine besonders einfache Logik zur Verfügung. Die sogenannte DFO-Semantik, Typen, Funktionen, Optionen, ermöglicht das uneingeschränkte Definieren von Daten und Strukturen. Auch komplexe Datenbanken können so vom Nicht-Experten intuitiv definiert werden. Zurzeit befindet sich Exalot im Alpha-Stadium und wird bereits vom globalen Ökodorf-Netzwerk erfolgreich verwendet. Dieses schlanke und effiziente Open-Source-Produkt ermöglicht allen Menschen das Teilen ihrer Informationen mit tausenden von Usern. Und das unter geringsten Serverkosten. Sharing Worlds. Exalot macht's einfach. In den nächsten Mal werden wir uns wiederholen. Vielen Dank.